Herzlich Willkommen Leute, Infovideo. Diese Woche findet kein Community-Abend statt, denn ich habe genug Material. Schaut, ich stehe gerade im Kerzenschein. Ähm, die Community-Abende-Videos vom letzten Mal kommen jeden Mittwoch und jeden Samstag um 18 Uhr. Die nächsten zwei Mittwoche und Samstage, also zwei Wochen eben. Ich hab nicht so viele Infos, da jetzt die Feiertage beginnen und da ist gar keine Zeit um irgendwas zu machen. Also ja, natürlich kommen die Adventsvideos noch. Die nächsten drei, die nächsten vier Videos und wie gesagt ganz spezielle Videos, schaut auf jeden Fall rein. Ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann, ciao, ciao.